Hallo zusammen, ich habe heute einen ganz besonderen Wein für euch, der nennt sich Nero Assolutamente von der Cantina Castel Novo del Garda. Die Genossenschaft liegt südöstlich vom Gardasee und bewirtschaftet mit ihren über 200 Mitgliedern fast 3000 Hektar Rebfläche, was schon eine enorme Menge ist. Und die Genossenschaft zählt auch zu den bedeutendsten der Kellereien in der Region. Und genau, der Wein ist 100% Melon und gehört zur Premium-Linie von der Genossenschaft, die nennt sich Bosco del Gall. Und ist deshalb auch die Premium-Linie, weil die Trauben sehr hochwertig sind, die werden von Hand gelesen und anschließend auch im Holzfass dann ausgebaut. Und das merkt man natürlich auch beim Wein selbst, in der Nase schon, haben wir schon sehr schöne Aromen von roten Beeren, roten Früchten, aber auch ein bisschen Tabak und ein bisschen Leder. Und genau, ich würde den Wein empfehlen zu gereiftem Käse, schmeckt er bestimmt richtig gut, aber auch zu so einem angebratenen Steak mit ein bisschen Pfeffersauce, könnte ich mir den auch ganz gut vorstellen. Und was ich euch nicht vorenthalten möchte, wie der verpackt ist, das ist nämlich richtig schön, auch als Geschenk. Der kommt nämlich, wenn ihr sechs Flaschen bestellt oder wollt, kommt der in so einer schönen Holzbox. Die ist auch sehr stabil und macht auch immer was her. Genau. So, viel Spaß beim Probieren. 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 So, viel Spaß beim Probieren.